Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OSTHÖF. Wir warten darauf, dass unsere Schmiede gebaut wird, oder sie wird ja gerade gebaut. Und ja, 100 Nägel noch, 1000 Bretter, oder sind da, sind schon da. So viel brauchen wir hier nicht mehr. Jetzt würde ich gerne nochmal gucken, wie es mit unserem Nägelbestand gerade aussieht. 346 ist nicht mehr so viel, aber ja, wenn die Schmiede da ist, hoffe ich, dass die einiges produzieren werden. Wir haben aber auch nur 1000 Eisen, ich weiß gar nicht, wo wir Eisen herkriegen. Sind das die Dinger hier? Ne, oder? Limestone ist das. Hm, das ist Limestone. Ja, bin ich noch überfragt, wo wir Eisen herkriegen. Auf jeden Fall können wir es garantiert handeln. Und dafür habe ich nämlich hier schon vorgesorgt, hier wird der Trading Post gebaut, der Handelsposten. Ja, ich brauche auch nochmal ein paar Nägel. Naja, kriegen wir schon hin. Holz haben wir zum Glück genug da, da müssen wir gar keine Sorgen uns machen. Clay wird hier jederzeit geholt. Ich weiß gar nicht, ob die Grube irgendwann, hier steht eigentlich ein Unendlich-Zeichen. Ich nehme an, die holen da, ja, für immer raus. Ich glaube, das funktioniert. Wir sind jetzt im August, also wir haben es geschafft. Alle Leute werden auf jeden Fall den Winter im warmen Hütten verbringen. Das freut mich schon mal sehr. Ja, Wasser scheint auch zu funktionieren jetzt. Jeder hat Wasser, also der Brunnen hier tut auch noch seine Arbeit. Ist der eigentlich auch unendlich erfüllt? Okay, ich habe keine Ahnung, ob der für immer funktioniert. For Production and For Citizens. Ach, das kann man auch noch einstellen. Wir können gezielt Brunnen machen, die nur Wasser für die Bewohner oder für Produktionen liefern. Ach, guck mal. Und hier ist auf jeden Fall auch Water. Ah, aber tatsächlich anderes. Okay, ich verstehe. Ich glaube, also ich glaube zu verstehen. Ich glaube, das hier ist Trinkwasser. Hier ist auch das Heistwinking Water. Hier ist eine Kanne. Und dahinter ist das normale Wasser abgebildet, was wir hier auch haben im Krug. Ich glaube, weil wir hier ja die Auswahl haben zwischen für Bewohner, für Produktionen, dass das hier nur für Produktionen ist und das hier nur für Trinken. Äh, für beides meine ich. Für Trinken und für Produktion. Okay. Das macht, glaube ich, Sinn. Und die haben alle nur Wasser zum Trinken. Die brauchen, glaube ich, sonst keins. Produktionswasser? Weiß ich gar nicht, wofür man das dann noch brauchen wird. Muss ich mir mal angucken. Wahrscheinlich für Tiere und so. Ich glaube fast, dass das vielleicht... Vielleicht brauchen die Tiere auch Trinkwasser. Bin mir nicht sicher. Könnte aber sein, dass das dann für Tiere genommen wird. Und vielleicht für irgendwelche anderen, ja, Gebäude hier. Ich weiß nicht, vielleicht für irgendwelche, die mit Stoff arbeiten oder so. Ich bin mir da nicht sicher. Das werde ich jetzt hier auch nicht sehen. Hier sehe ich ja nur, was die sonst so brauchen. Okay. Gut, wir warten noch hierauf. Ich mache mal wieder ein bisschen schneller. Tut mir echt leid für die Leute, die vielleicht ein bisschen genervt sind. Wenn das immer so langsam läuft und nichts passiert. Aber ich finde das einfach für mich entspannender. Habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Dass mich das, wenn die so schnell laufen, so ein bisschen nervös macht. Da wäre... Irgendwie hätte ich doch nochmal gerne hier eine Zwischenstufe zwischen dem und dem, glaube ich. Das hier geht halt gar nicht. Warum steht der hier rum? Also ganz ehrlich, der steht hier tagelang einfach nur rum? Sag mal. Ivan. Was ist los? Du bist 34 Jahre alt. Hast du wohl was zu tun? Forrestree auch. Was? Chopin? Follow? Getting a wooden lock to Forrestree. Der macht gar nichts. Faule Socke. Der steht da nur. Hat der sich festgebackt? Ich hoffe nicht. Ich kann halt auch nichts machen, ne? Ich kann dem nicht helfen. Also es gibt hier, glaube ich, kein Button. Das ist doch ein Bug, oder? Der steht da ja wirklich nur rum. Getting a wooden lock. Der sollte eigentlich hier... Ist der in den Boden gebackt? Oh Gott, ich hoffe. Das wäre echt blöd, wenn der jetzt nichts mehr macht. Er sieht wirklich ganz so aus, ne? Na, wartet der auf irgendwas... Vielleicht wartet der auch auf einen Karren, oder so? Kann auch sein. Vielleicht gibt's... Also die Karren sind alle in Benutzung. Könnte auch sein, dass der vielleicht einfach den Karren braucht. Na, dann mach doch was anderes. Wenn du gerade kein Karren da hast, dann such dir doch einen anderen Job. Ich... Der Ivan. Ganz ehrlich, mach mal kurz was. Jetzt war weg. Hä? Kommt der jetzt hier wieder? Weil eigentlich ist er jetzt arbeitslos, oder? Sorry, ich will ja nicht, dass die hier irgendwie rumgebackt nichts machen. Also was anderes haben wir hier nicht. Der kann nur hier angestellt sein. Wo ist er denn jetzt? Ivan! Wo hat er gewohnt? Hier? Warte mal. Ivan, da ist er. Ach, jetzt ist er Bauarbeiter geworden, oder wie? Ja, gut. Kann er auch machen. Constructing and Building. Ja, jetzt baut der. Na gut, Hauptsache er ist nicht weg. Also das hat mir jetzt... Das war jetzt ein bisschen seltsam irgendwie. Aber jetzt haben wir hier keinen mehr. Das gefällt mir nicht. Hm... Kann ich da... Wo steht denn... Ach... Oder ist das ein An... Ne, das ist doch nicht der gleiche, Ivan. Der sieht doch ganz anders aus vom Bild. Der ist nicht der gleiche. Der hier war's. Der da. Was machst du denn jetzt? Taking rest. Der macht gar nichts. Unemployed. Nein, hier ist doch. Ich will hier doch. Hm. Naja, vielleicht muss er sich erstmal ausruhen und sucht sich dann nächsten Tag einen Job. Vielleicht fand er das jetzt so schlimm, den... Den... Den Verlust der Arbeitsstelle, dass er sich dachte, oh Gott. Ich... Ich finde nie wieder einen Job. Ich muss jetzt erstmal mich hinlegen. Wir warten mal. Irgendwas muss er ja machen. Oder ist der jetzt komplett verbuggt und kann gar nichts mehr tun? Ich hoffe nicht. Ja, der ist ja auch nirgendwo jetzt drin anders. Also stand hier da, Unemployed. Mensch, Iwein. Es tut mir jetzt aber leid, dass du jetzt arbeitslos bist. Jetzt sitzt er auf der Bank ganz traurig und denkt sich, oh Gott. Wie soll ich das meiner Frau und dem... Dem Kind erzählen? Der armen Lina. Und der Paraska. Wie soll ich denen das erzählen, dass ich den Job verloren hab? Jetzt traut er sich wahrscheinlich gar nicht mehr, da hinzugehen, weil der denkt, wenn er da jetzt hingeht, ist es verarscht und er verliert seinen Job sofort wieder. Ja, will ich auch nicht wieder hingehen. Es ist so, du wirst rausgeworfen, weil es so heißt, ja, sorry, aber wir können keinen mehr beschäftigen. Leider haben wir gerade kein Geld, Schuldenkrise und so, wisst ihr ja. Dann gehst du raus und sofort, dann drehst du dich noch einmal so ganz nostalgisch um und willst dich zurückerinnern an deine Zeit hier als Arbeiter, als Förster, wie viel Spaß dir das gemacht hast. Und dann siehst du hier einfach am Zaun so herangetackert, direkt ein neues Schild, so von wegen, suchen neuen Arbeiter. So in der Form stelle ich mir das hier gerade vor. Da will ich auch nicht mehr kommen. Also ganz ehrlich, da hätte ich auch keinen Bock. Wo ist er denn jetzt hier? Iwan. Oh Gott. Der sitzt da immer noch auf der Dings... Ich kann dir das auch nicht sagen. Also ich kann hier nicht irgendwie drücken. Hier gibt es... Das müsste es noch geben eigentlich. Also wenn freie Jobangebote sind, dass die hier aufgelistet werden. Oder irgendein anderer Reiter vielleicht, wo man dann einfach die zuweisen kann nochmal extra. Wo ich sagen kann, ich möchte, dass der bitte jetzt immer Förster ist und so. Das wäre ganz toll. Ja, irgendwie wenig. Hm. Weiß. Schade. Jetzt haben wir halt auch nur zwei, ne? Da ist er! Ja, der Iwan kam zurück. Der Iwan hat sich nochmal besinnt und dachte, hey, ganz ehrlich, ich versuch's doch nochmal. Ich geb dem Arbeitgeber nochmal eine Chance. Hat mich zwar scheiße behandelt, aber ich versuch's doch nochmal. Die Arbeitskollegen waren immerhin nett. Der Chef ging auch irgendwie. Ach schön. Dankeschön, Iwan. Danke, dass du doch nochmal zurückgekommen bist. So, aber nicht bitte, bitte mich wieder festbacken. Ich weiß auch nicht, vielleicht war auch nicht festgebackt. Vielleicht lag's wirklich daran, dass irgendwie ein zweiter Mann fehlte, um den Lok zu transportieren oder ein Karren fehlte. Jetzt sind alle Karren da. Wer weiß. Muss ich mal beobachten, ob das wieder auftritt, der Fehler. Ob da wieder irgendwo mal jemand rumsteht. Hier kommt er ja gerade. Mal gucken, ob der sich jetzt da wieder einstellt. Going to walk. Na, mal gucken. Iwan, mach keinen Mist. Ach, Iwan. Entschuldigung, nicht Iwan. Iwan. Deswegen ist er wahrscheinlich auch gegangen. Deswegen wollte er nicht wiederkommen, weil der Chef den die ganze Zeit Iwan nennt und nicht Iwan. Ist ja auch furchtbar. Arbeitest da schon ein halbes Jahr und dann weißt der immer noch nicht, wie du heißt. Gott. Entschuldigung, ich rede auch manchmal ein bisschen Sturz. Aber die Schmiede wird langsam. Sehr schön. Oh, da ist er. Nein. Oh, jetzt hab ich zu schnell gemacht. Verdammt. Da ist es. Hat gar keinen Zaun. Fehlt noch einen Zaun. Okay. Äh, ja stimmt. Jetzt brauche ich ja hier auch Leute, die hier arbeiten. Haha. Hier entstehen dann Nägel und Metallstücke. Okay, Metal Parts. Und auch, wenn wir wollen, Pferdeschuhe. Das ist ja auch wunderbar. Kriegen hier ein paar schöne hochhackige Schuhe, verpasst die Pferde, sehen die auch schön aus. Toll. Gut. Also natürlich Hufeisen. Jetzt brauchen wir nur jemanden, der da arbeiten möchte. Ähm. Das kann ich dem Iwan nicht anschauen. Oh Gott. Ich, oh. Das ist ja die... Oh, ich muss Bauarbeiter wegnehmen, oder? Das kann ich nie machen, der arme Iwan. Achso, ich kann auch weiterlaufen lassen. Hier wird ja noch was gebaut. Ach Mensch, das... Ähm. Ach Mensch, das... Ähm. Ja. Aber die können eigentlich echt mal pflanzen. 10.000 haben. Oder? Bringt das jetzt überhaupt was? Wenn ich jetzt pflanze und das Winter sterben, die Setzlinge dann? Hm. Ist auch noch so eine Frage. Weiß ich gar nicht. Ja, noch ist ja noch eine Cold Star. Ist okay. Nehmen. Ja. Iwan. Äh, Iwan. Entschuldigung. Mensch, ich... Der heißt jetzt für immer Iwan. Tut mir leid, ich muss den umbenennen. Das geht so nicht. Geht leider, glaube ich, gar nicht mit Umbenennung. Wäre auch cool, wenn ich hier die Leute nach... Äh, nach... Ne, geht leider nicht. Nach Zuschauern zum Beispiel benennen könnte. Das wäre natürlich super cool. Auch den Major hier würde ich natürlich gerne nach mir benennen. Nö. Kann ich nicht. Schade. Höflich geht's irgendwo, aber ich seh's nicht. Ich weiß nicht. Ach, Mensch. Wer arbeitet denn da jetzt? Ja, ich glaub ich ne... Ach, aber ich brauch die Bauarbeiter. Also eigentlich, ganz ehrlich, das Einzige, worauf ich am meisten verzichten kann, ist hier nun mal bei den Förstern. Aber dem Iwan kann ich's nicht antun. Also, das tut mir echt leid, aber das bringe ich mich übers Herz, den das zweite Mal den Job wegzunehmen. Das geht einfach nicht. Ja, deswegen nehme ich jetzt den anderen. Gucken wir mal, ob wir mit einem Schmied überhaupt auskommen oder ob wir da mehr brauchen. Ist auch noch so die Frage. Hier ist gar nicht angezeigt, dass die Eisen benötigen. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Mit dem Soit, das ist das, was die an die Bürger so verkaufen, ne? Da braucht man scheinbar noch nicht mal einen Stand. Das holen die sich scheinbar einfach, oder... Ja, ich glaube, ja. Heißt das das, dass die bisher 1700 verkau... Ach, nee, warte mal. Firewood 3274. Haben die das verkauft? Ich bin mir nicht sicher. Das ist das Firewood. Ach ja, also das ist auf jeden Fall das im Besitz hier. Naja, vielleicht noch nicht ganz geupdatet, weiß nicht. Hier ist ein bisschen mehr. Aber die haben alle, ne? Und das ist natürlich wichtig, dass die für den Winter Firewood haben. Ich weiß gar nicht, was die jetzt im Sommer damit überhaupt wollen. Okay, also die haben alle Firewood. Ich bin mir aber unsicher, ob die nicht doch noch einen Stand brauchen, wo die Firewood kaufen können. Aber ich würde das so verstehen, dass wenn hier Soit steht, der das schon verkauft. All work is done. Nothing to do now. Wie? Ihr habt nichts zu tun? Können wir ändern. Dann plantet doch Trees. Ich würde es echt gerne mal ausprobieren. Aber die arbeiten doch. Also der macht doch hier. Wunder mich gerade, warum jetzt da steht. Die haben nichts zu tun. So, hier ist jetzt auf jeden Fall der... Oh Gott. Das versuche ich gar nicht auszusprechen. Der Jewe... Jeven... Nie... Warte mal. Das muss ich mal kurz in groß sehen. Jevenisch. Jeveni-i? Fedorico? Keine Ahnung. Naja. Inwieweit arbeitet der jetzt... Not enough Iron. Nein! Nee, oder? Hier ist doch Iron. Muss vielleicht erst gebracht werden. Make empty. Nee, empty nicht, aber hinbringen. Wie meint das? Resource supply. Higher options. Hier? Walker by hands. Walker by cart. Lable by hand. Was? By wagon? Nee. Okay, das ist einfach nur, dass sie das per Auto oder auch per Hand tragen. Iron hätte ich gerne, ja. Bah. Was mache ich denn da jetzt so? Charcoal 5... Auch noch. Aber da steht jetzt nur Iron, kein Charcoal. Charcoal haben wir gar nicht, oder? Wir haben nur Nägel und Iron. Aber wir haben noch Iron. Hol dir das doch. Vielleicht muss das wirklich erst noch kommen. Oh, die fangen an mit dem Trading Post. Sehr schön. Ich will ihm nicht gleich alles sagen. Falls wir das Algo nochmal woanders brauchen. Hier steht ja schon 500 Stock. Stock. Ja, was soll das jetzt hier? Bin ich mir also nicht so sicher, was ich hier jetzt eintragen soll? Jährlich? Stock? Jährlich? Soll ich da jetzt nur eins reinmachen? Oder was soll ich machen? Achso, das heißt ja einfach nur Unlimited. Ist ja eigentlich okay. Glaub ich. Ja. Ja. Bin ich jetzt überfragen. Was macht er denn jetzt so? Steht denn da? Doch, Supply and Resource. Dann holt der jetzt garantiert das Eisen. Da bin ich mir fast 100% sicher, dass der sich jetzt Eisen holt. Ach hier. Ja. Hier ist auch schon das Bild, dass das jetzt aufgestockt wird. Rating 50. Der holt jetzt 50. Okay, und dann kann der Nägel... Ja, dann hätte ich mir eigentlich doch gerne noch einen zweiten Arbeiter, muss ich fast sagen. Wenn der das jetzt erst holen muss... Wir haben echt... Ja, wir haben halt auch echt wenig. Also ganz ehrlich, dann nehme ich hier noch einen Bauarbeiter weg und lasse erstmal noch zwei Leute hier sich um das Eisen kümmern. Weil die Nägel sind fast alle. Ohne Nägel können wir nichts bauen. Also hier wären schon 158 gebraucht gerade. Also ich glaube, wenn wir das nächste bauen, sind die Nägel weg. Der muss jetzt machen. Der holt jetzt wirklich 50. Okay. Ähm, ja, das wird jetzt wahrscheinlich wieder einen Moment dauern, bis der Bauarbeiter sich den Job hier krallt. Ist okay. Firewood ist hier viel. Wird auch... Ob ich jetzt mal Plant Fees mache? Ich habe ein bisschen Angst, dass wir dann nicht über den Winter kommen, weil es Fireholt... Firewood nicht reicht. Lass ich mal vielleicht noch. Gucken wir uns jetzt erstmal an, wie das hier gebaut wird. Da fehlt noch ein bisschen Holz und Clay auch noch einiges sogar. Ah gut, das können die sich ja dann holen. Wir haben echt... Ich glaube, wir haben auch einfach zu wenig Cards, ne? Der mit dem Eisen, der könnte ja wahrscheinlich viel mehr Eisen holen. Wenn er einfach so ein Card zur Verfügung hätte und das nicht per Hand schleppen müsste. Ist natürlich jetzt ein bisschen... Ach, da ist er! Da, unser Bauarbeiter. Der Makar arbeitet jetzt auch beim Schmied. Kann jetzt auch Eisen holen. Sehr gut. Da kommt er auch gerade mit Eisen, ne? Oder? Ne, Taking Rest, okay. Ist noch nicht so weit. Musste sich auch erstmal von dem Schock abholen jetzt. Aber der bringt hier wunderbar das Eisen her. Sehr schön. Sehr gut. Nail, Metal Parts. Brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Kann ich hier auch... Oh! Ach, kann ich tatsächlich. Ja, ob ich Metal Parts erstmal... Komm, ich mache erstmal Metal Parts weniger. Bisher brauchten wir noch keine. Was ist hier? Not enough workers to shop to... Oh, die brauchen zwei und da ist einer irgendwie weg. Warum ist da jetzt einer weg? Das war eigentlich nicht so geplant. Ist einer gestorben? Copy a building. Ja, das ist jetzt blöd. Wo ist denn der jetzt hin? Warte mal, dann mache ich bei dem mal kurz Plan Tweets. Äh, was ist das? Hä? Ich... Was... 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 Was wollen die von mir? Ach, ich verstehe. Okay, wir müssen eine Baumfarm anlegen. Warte mal, ich mache mal kurz Stopp. Das überfordert mich gerade ein bisschen. Also... Klar, die können nur zu zweit arbeiten, weil die dann die Stöcker da nicht tragen können. Ansonsten. Ich weiß nicht, warum da jetzt einer weg ist. Das wundert mich jetzt so. Den hier habe ich von den Bauarbeitern genommen. Ist einer weggezogen? Ist einer gestorben? Ich weiß nicht. Guck mal kurz hier die Häuser durch. Sehe ich jetzt nichts. Wir haben auch keine Nachricht darüber, dass jemand gestorben ist. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es überhaupt Nachrichten hier gibt. Wenn irgendwas passiert. Aber hier sind überall Männer drin. Die arbeiten. Dann auch. Also... Ist hier irgendeiner jetzt arbeitslos? Unemployed. Tatsächlich. Der ist arbeitslos. Warum? Was? Hat ihm seinen Job nicht gefallen? Ich verstehe es nicht. Also hier ist auf jeden Fall drin, dass ja einer da arbeiten soll. Das ist der Schmied. Wo war der jetzt dann? Unemployed. Ich kann den leider nicht darauf zuweisen. Also ich kann jetzt nicht um den Rechtsklick machen. Hier, arbeite da. Geht leider nicht. Der hat einfach aufgehört, da zu arbeiten. Ist das ein Fehler? Das ist ja sehr eigenartig. Ich hoffe, der arbeitet dann da gleich wieder. Und wir gucken uns jetzt doch mal das Plantwees-Ding an. Okay, ich muss tatsächlich im Feld sitzen dafür. Wie ist denn das mit dem Tor? Ich würde das hier gerne direkt hinten dran machen, tatsächlich. Ich mache das jetzt einfach mal schon. Wir können ja mit den Plantwees auch gleich wieder aufhören, wenn wir wollen, jederzeit. Ist das zu klein? Ja, ne? Das ist ein bisschen... Warte mal, vielleicht kann ich hier so um die Ecken gehen. Das wäre interessant. Ich mache mal so. Ah, das geht nicht. Okay, ich wollte hier so um die Ecke und dann... Ja. Ich muss so machen. Okay. Ja, dann mache ich das hier einfach so rein. Ich hoffe, ich kann das jederzeit auch dann wieder ändern. Aber irgendwie ist das nicht so richtig, wie ich das eigentlich gerne hätte. Warte mal. Kann ich bitte den einen nochmal... Dann schon eher so ein Ding hier. Too long. Oh, okay. So riesig können wir es gar nicht machen. Ach, und dann muss der die abmachen. Ach, das ist ja blöd. Also muss ich es jetzt so machen, dass keine Bäume drin sind, weil der ja gerade gar nichts shoppen kann alleine. Okay, so geht's. Gut, dann machen wir mal das Feld hier. Da sollen jetzt... Ach du Scheiße. Oh, okay. Gut. Und ich weiß, wir müssen über den Winter kommen mit Firewood. Aber solange da jetzt halt kein anderer ist, mache ich das jetzt erstmal so. Weil was bringt es mir, wenn da jetzt gerade keiner arbeitet? Hier ist ja ein Unemployed. Der braucht ja nur wieder einspringen. Gucken wir mal, ob der das jetzt alleine macht mit dem Plantwies. Aber hier ist immer noch... Was machst denn du jetzt Schönes? Supplying Resources to Construction Site. Ach, muss der den Zaun bauen? Oder wie ist das jetzt? Planting Trees. 174 Tage left. Was? Wow. Ich hätte es kleiner machen sollen, ne? Ich glaube, ich habe hier gerade Scheiße gemacht. Hm. Wir gucken mal. Oh, kann hier mal bitte wieder einer dazukommen? Dann würde ich halt gleich wieder umstellen. Naja. Wir achten mal drauf, ob da gleich was kommt. Ich habe echt Angst, dass wir dadurch jetzt... Ja, irgendein Problem kriegen im Winter. Oh, Madel, was? Ist immer noch Unemployed. Der macht einfach nicht mehr. Das gibt es doch nicht. Ich kann da jetzt nicht auch nochmal einen wegnehmen. Die hier, die müssen arbeiten. Wir brauchen Nägel. Das machen die gerade so. Die holen immer noch Eisen und so, ne? Ach so, geht jetzt zur Arbeit. Der hier hört gerade auf. Haben die jetzt überhaupt schon Nägel produziert? Glaube nicht. Unser Trading-Posten nimmt auch schon ein bisschen Gestalt an. Die brauchen halt auch echt viel Holz. Also eigentlich... Wenn das hier fertig ist, ist es quasi auch schon... Die brauchen ja so 1700 von hier. Ist da auch nicht mehr so viel. Ich habe ein bisschen Angst. Ah, okay. Oh, jetzt arbeitet der da wieder. Ja, ganz ehrlich, dann würde ich jetzt das vielleicht doch nochmal abbrechen. Aber wie? Äh, ich kann das gar nicht abbrechen, ne? Warte mal. Ähm, okay. Wie bricht denn ab? Machen die jetzt trotzdem noch Holz? Firewood, okay. Loks. Ich weiß gar nicht, wofür ich normale Loks dann brauche. Lass ich trotzdem mal. Ja, das muss ich jetzt mal verfolgen. Also der geht jetzt auf jeden Fall pflanzen. Der hat eine Schaufel in der Hand. Aber ich habe jetzt keine Taste, wo steht, dass ich jetzt auch wieder anbauen kann. Ähm, abholzen kann. Das ist irgendwie nicht da. Okay. Achte ich mal drauf. Ist eigentlich gerade irgendjemand... Looking for Jobs sogar... Hä? Fünf Leute suchen nach Jobs? Moment. Steht da zumindest. Looking for Jobs fünf. Open Vacances eins. Ja, tatsächlich. Ein Mann... Achso, die Frauen sind es wieder. Aber ein Mann ist arbeitslos. Tatsächlich. Der könnte da noch locker arbeiten. Aber wo soll der denn sein? Ist da ein Kind erwachsen geworden? Liegt das daran? Ne, die sind doch immer noch alle genauso jung. Geht ja auch gar nicht. Ich bin ja gar kein Jahr umgegangen eigentlich. Können ja gar nicht älter geworden sein. Ich weiß gar nicht, ob man die hier überhaupt erwachsen sind. Wir haben ja echt kleine Kinder. So zwei Jahre alt und so. Muss ich jetzt wirklich acht Jahre oder länger? Die fangen ja wahrscheinlich nicht mit zehn an zu arbeiten. Also... Oh, hier wird das Eisen schon weniger. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der eine Mann... Huch, auf einmal haben alle Arbeit. Auch die Frauen. Ich bin verwirrt. Und der eine Mann müsste ja eigentlich auch noch den Job suchen. Oder ist das immer ein Mann, der hier gerade schaufelt in der Grube? Ich weiß es nicht. Was macht ihr jetzt Schönes? Planting a tree. Also die planten jetzt wirklich. Pflanzen. Ja, müssen wir mal beobachten. Also ich kann jetzt hier das planten. Vielleicht müsste ich es ab... Könnte natürlich sein, ne? Dass ich vielleicht das ganze Ding hier wieder abreißen muss, damit die wieder anfangen. Boah. Brauche ich nochmal einen Holzfäller daneben? Wir haben ja gar nicht genug Arbeitskräfte. Das bringt ja gar nichts. Aber da kommt hier auch nicht der eine Mann, der angeblich nach dem Job sucht. Boah, und die brauchen echt lange, ne? Also hier, wenn ich mal angucke, hier stehen ja zwei Bäumchen. Drei. Gut. Da haben sie jetzt welche reingestellt. Das ist aber ewig. Ich hätte das Feld kleiner machen sollen. Ja. Wir schauen mal. So, der Trading Post. Mach mal ein bisschen schneller, mal wieder. Ach, wir sind ja schon am Folgenende. Okay, Leute. Ich muss leider aufhören. Also vielleicht habe ich jetzt hier echt ein bisschen Mist gemacht. Wenn wir Pech haben. Wenn wir Pech haben, fangen, also ich kann es mir fast vorstellen, dass sie jetzt wirklich erstmal das ganze Ding hier anpflanzen und dann erst wieder anfangen, Feuerholz und so herzustellen. Das wäre natürlich fatal jetzt im Winter. Im schlimmsten Fall kann ich das hier vielleicht auch wieder abreißen. Eher kann ich. 167 fehlen noch. Soll ich es abreißen? Irgendwie will ich es nicht abreißen. Wenn ich jetzt... Das hier ist ja schon so gut wie gemacht. Da fehlen nur noch 700. Wir haben noch Holz, ne? Wir können auch in der Zeit, wo die das hier machen, wir können ja auch Holz kaufen. Geht auch. Wir können über den Trading Post, wenn wir jetzt wirklich Holz brauchen, auch Holz kaufen. Wenn das Geld reicht. Wenn ich jetzt Harthaus und sowas bauen will, wie viel brauche ich denn da so? Da brauche ich schon das ganze Holz, was die haben. Ach, Mist. Die machen echt nur noch... Komm, ich muss es abreißen, glaube ich. Die machen nichts mehr anderes. Kann ich das hier nicht stoppen irgendwie? Ich muss das da stoppen können wieder. Ist nur Hire Options. Make Empty. Ne, will ich nicht. Hört auf. Hört auf mit Planting. Das ist doch... New Trees for Future Wood Production. Click Plant Trees. Button enforce the panel and then assign a field for Reforstation. Fausty Walkers with plants in the whole area with young trees once they are finished. You can demolish the field. Aha! Das muss ich jetzt testen. Äh, hallo? Na ha, guck mal. Die Bäume, die die schon gepflanzt haben, die sind noch da. Gut, dass ich gerade die Hilfe entdeckt habe. Also, können wir theoretisch einfach immer kleine Felder zwischendurch machen und denen sagen, dass sie da bitte mal schon wieder ein paar kleine Bäumchen hinstellen sollen. Dann reißen wir das Feld wieder ab und dann haben wir einfach so ein paar kleine Bäumchen. Na, das ist doch perfekt. Das ist ja richtig gut. Das gefällt mir. Damit haben wir die Area bestimmt, haben aber nicht immer diesen blöden Zaun, sondern das ist dann wieder weg und dann sieht das wieder normal aus. Gut, wird halt immer ein eckiger Wald werden, leider. Weil wir den Zaun ja nur eckig machen können. Die machen jetzt hier noch die letzten beiden. Ich denke, dann werden die auch gleich wieder ans Holzhacken gehen. Wenn die jetzt, guck mal, ist schon gesetzt, das geht ganz fix. Das will ich jetzt noch sehen in der Folge. Ob die jetzt auch hoffentlich wieder anfangen Holz zu holen, weil wir brauchen mehr Holz. Also mit dem bisschen Holz kommen wir dann doch nicht zur Rande, wenn ich noch Rathaus, Fischer und alles bauen will. Da braucht man echt viel, ist nicht wenig. Gucken wir mal. Steht immer noch Planting da. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht auch festgepackt. Das würde ich erstmal alles so lassen. Ich weiß nämlich noch nicht mit dem Firewood, wie viel die da eigentlich im Winter benötigen. Okay, Shopping and Tweet. Die gehen jetzt los und machen wieder das Richtige. Sehr schön. Ja, und der eine, der hier eigentlich, der eine Mann, der nach dem Job sucht, will nicht. Ach nee, nee, guck mal. Looking for Job 4. Das sind die vier Frauen. Open Vacancies. Ich weiß nicht, warum bei Open Vacancies. Ein Mann benötigt. Okay, ich verstehe. Gut, können wir wieder rausnehmen. Sucht keiner. So, vier freie Stellen. Vier Frauen, die, also vier Frauen, die suchen. Das ist es. Gut, jetzt habe ich das auch endlich verstanden. Okay, Leute. Dann sind wir erstmal am Ende. In der nächsten Folge kriegen wir dann bestimmt das hier fertig. Hätten wir auch jetzt schon fertig bekommen, wenn ich hier nicht so viel hätte gucken müssen. Aber immerhin, jetzt werden hier halt schon mal ein paar kleine Bäumchen nachwachsen. Das ist doch auch ganz schön. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht hier so mittendrin. Jetzt weiß ich immerhin, wie es funktioniert. Das ist ja auch, ich muss ja noch lernen, ne? Ich muss ja das Spiel erstmal, die Mechaniken, die ganzen, ja, Produktionszweige und so, was man alles für was braucht und so. Das muss ich erstmal rauskriegen. Also erwartet bitte nicht, dass ich jetzt schon alles am Anfang wüsste. Auch wenn ich das LP bei Zikaro verfolgt habe. Es ist was ganz anderes, ob man das LP verfolgt, auch mal, ja, auch mal vielleicht ein bisschen unachtsamer ist oder Sachen nicht versteht, aber denkt, hey, der macht das schon. Oder dann halt selber spielt und selber gucken muss, wie alles funktioniert. Das ist was anderes. Der Weg hier gefällt mir überhaupt nicht gerade. Können die nicht? Warum haben die den Weg nicht wie hier gemacht? Ich hatte eigentlich erwartet, dass hier auch nochmal der Weg so lang geht und hier in der Mitte schöne Grünfläche bleibt. Das ist irgendwie... Naja, hier müssen wir auch noch uns um die Deko kümmern. Also gut, Leute. Dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr ja gerne ein Liked lassen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.